Hallo ihr Lieben, schön dass ihr heute wieder bei Wurmi TV eingeschaltet habt. Es ist alles eine Lüge ohne Scheiß. Ich war das wirklich nicht mit der Taube, Katzen ehrenwort ich schwör's. Entweder ist die Nachbarin blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Ich mache keine Tiere kaputt dafür bin ich doch viel zu lieb. Die Nachbarin hetzt meine Mama gerne gegen mich auf, das macht sie schon immer. Die Alte ist so dramageil ich sag's euch. Wenn ich sie morgen früh erwische dann kann sie was erleben das kann ich euch sagen. Auch wenn ich es gewesen sein sollte, dann muss sie mich doch nicht verpetzen oder? Sie soll mal lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren da hat sie echt genug zu tun. Blödes Miststück, ich verpetze sie doch auch nicht, wenn ihre zwei Riesenhunde immer direkt bei uns vor die Haustür kacken und pinkeln. Mama muss es dann immer weg machen, sie glaubt echt dass es andere Hunde aus der Nachbarschaft sind, da ist sie aber richtig auf dem Holzweg. Keine Ahnung was sie sich da für inkontinente Köter zugelegt hat aber es ist einfach nur peinlich und widerlich. Boah, ich bin so sauer und deshalb wollte ich nur mal kurz bei euch Dampf ablassen. Ich weiß ihr habt mich lieb und ich hab euch auch sehr lieb. Küsschen aufs Nüsschen, Vuminator out.